Als wir vor fünf Jahren das Cyber Valley gegründet haben, waren unsere Ziele eigentlich klar. Künstliche Intelligenz ist die Zukunftstechnologie für alle Bereiche der Wissenschaften und für unser ganzes Leben. Hier müssen wir investieren, wenn wir die Digitalisierung gestalten wollen. Wir sind deshalb schnell, entschlossen und strategisch vorgegangen. Wir haben gemeinsam mit voller Kraft und mit großem Mitteleinsatz agiert. Und heute können wir feststellen, es ist uns gelungen, hervorragende Talente aus aller Welt ins Land zu holen. Es ist uns gelungen, unsere Kräfte zu bündeln im Land, in Deutschland und auf EU-Ebene. Heute, fünf Jahre nach unserem Startschuss, können wir sagen, wir haben einen gewaltigen Sprung nach vorne geschafft. Das Cyber Valley ist in kürzester Zeit zu einer international beachteten Adresse geworden. Und das Cyber Valley wächst schnell und dynamisch weiter. Das Startup-Network, das Investor-Network sowie die weiter wachsenden Graduiertenprogramme der International Max-Planck Research School for Intelligent Systems, um nur ein paar prominente Erfolge zu unterstreichen. Das Cyber Valley ist ein Ort für wissenschaftliche Exzellenz und ein vorbildliches Ökosystem für Innovationen geworden. Sicher, das Cyber Valley profitiert dabei von einem hervorragenden Umfeld, von der Medizin in Tübingen, über die Ingenieurwissenschaften und das Höchstleistungsrechnen in Stuttgart, bis zu führenden Unternehmen wie etwa Amazon oder Bosch, die sich direkt auf dem Campus niedergelassen haben. Und das Cyber Valley ist Ausgangspunkt für neue Verbindungen wie dem europäischen Alice-Netzwerk mit Spitzenwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der KI aus ganz Europa. Das Land Baden-Württemberg ist wirklich stolz darauf. Mit dem Cyber Valley haben wir gemeinsam ein strahlendes Signal für KI made in the land geschaffen. Lasst uns also gemeinsam den nächsten Sprung für den Innovationscampus der Zukunft schaffen. Herzlichen Glückwunsch zum fünfjährigen Jubiläum von Cyber Valley. Herzlichen Glückwunsch zum fünfjährigen Jubiläum von Cyber Valley.